Pferde Fragen? Petra Fragen. Heute, was ist ein Schweißbild? Ein Schweißbild ist das, was man sehen kann, wenn man nachgetaner Arbeit, also nach dem Ritt, dem Pferd den Sattel abnimmt. Dann bildet sich hier so eine geschwitzte Stelle, vorausgesetzt man ist lang genug geritten. So, was sagt jetzt dieses Schweißbild aus? Dieses Schweißbild gibt dem Reiter als auch dem Sattler einen Hinweis darauf, ob der Sattel tatsächlich auch gut passt, weil genau in diesem Bereich, der hier blau markiert ist, kann man erkennen, ob der Sattel gleichmäßig aufliegt oder ob es da Stellen gibt, die eben halt nicht geschwitzt sind, weil dort keine Auflagefläche ist. Es gibt auch Hinweis, ob der Sattel zu weit oder zu eng ist oder wonach gepolstert werden muss. Also ist das Schweißbild in diesem Bereich dafür entscheidend, um festzustellen, ob der verwendete Sattel dem Pferd tatsächlich passt. Alles klar?